Hallo liebe Zuschauer, ich befinde mich hier heute in der Nikolai-Kirche zum Nikolai-Bankett und im Hintergrund sehen Sie schon die fleißigen Bienen, die alle die Suppe raustragen. Und da war glaube ich Frau Strenz und der Küchenchef vom Rheinsdorfer Krug und mal sehen, wer eigentlich noch mitläuft. Das war eine ganz normale Kellnerin, aber auch sie hat ihre Hände voll. Wieso können die eigentlich nur zwei Suppen tragen? Naja gut, Nikolai-Bankett, was ich Ihnen noch sagen wollte, dieses Geld fließt zu guten Zwecken in die Kirche. Davon berichten wir und jetzt schauen wir mal, was unsere Kellner und Hilfskellner alles so drauf haben. Bevor es ans Essen für einen guten Zweck ging, spielte das schwedische Trio Zima Rosa, Werke aus dem 16. Jahrhundert. Die Klänge kamen von restaurierten Instrumenten aus jener Zeit. Pastor Roger Thomas begrüßte als Hausherr die Gäste und den Schirmherren des Nikolai-Banketts, Bürgermeister Thomas Beyer. Dieser sprach beeindruckt von dem Engagement der beteiligten Gäste, Organisatoren und Sponsoren. Thomas Agerholm, Geschäftsführer der HW Leasing GmbH und Initiator des Bankettes, dankte den Gästen und Beteiligten und lud dem Bankettthema entsprechend vor das Epitaph von Schabbel. In einer recht lockeren Weise informierte Museumsdirektorin Beatrice Bussian den Wert des Schabbel-Epitaph. Es wurde zu Tisch geladen. Traditionsgemäß servierten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Stadt die Suppe. Dazu erklärte sich in diesem Jahr Bundestagsabgeordnete Karin Strenz, Boxerin Elli Wohlgemuth, Sarah Scheurig und Justin Möhrl sowie Wismar-TV-Moderator Christoph Wohllebenbereit. Suppe, Marsch! So, jetzt bin ich ein bisschen in die Produktionsbremse. Christoph, wie oft hast du schon gekellnert? Noch nie, muss ich zugeben. Ich habe zwar eine eigene Schürze mitgebracht, aber das habe ich einmal gemacht bei der Abi-Feier der Klasse über mir und danach ging diese Schürze in den Schrank und ich habe lieber für die Zeitung geschrieben im Studium, als dass ich gekellnert habe. Ich habe gerade durchgerechnet 160 Gäste, das heißt 80 Mal musst du laufen mit zwei Zucken. Na, ich bin ja nicht alleine hier. Frau Strenz ist hier, Elli Wohlgemuth ist hier, die drei anderen Boxerinnen noch und natürlich auch das ganze Servicepersonal, das auch noch mitgebracht wurde. Also wir sind bei Weib nicht alleine. Vielleicht muss ich noch zwei, dreimal laufen. Gut, dann versuchen wir mal und nicht die Finger verbrühen und toll, toll, toll. Ja, vor allem Zunge gerade halten, ne? Genau. So, Frau Strenz, jetzt schwöre ich Sie hier beim Servieren. Ist das eigentlich Ihre Sache so gerne? Ja, ganz unbedingt. Also da, wo man unterstützen kann und helfen kann, mache ich das sehr, sehr gerne. Und ich habe mir damit mein Studium finanziert. Warum sollte das heute nicht auch klappen? Ich bin begeistert von der Idee, so ein Bankett durchzuführen und kann nur die Daumen drücken, dass viel Geld zusammenkommt, um diese wunderschönen Kulturschätze hier wieder aufzupöppeln. Dann hoffen wir, dass Sie jetzt noch ein paar Suppen rauskriegen, dass alle warten. Dann mache ich mich auf den Weg. Jetzt ist der Tschech wieder die Produktionsbremse. Sarah, wie ist das so mit Kellnern für dich? Ich hätte es nicht gedacht, aber es macht echt Spaß. Vor allem mit der Truppe hier. Also ich mache eh gern was mit meinen Mädels zusammen und jetzt hier ist für einen guten Zweck und das ist ganz lustig. Ungefähr 80 Mal müsst ihr laufen, wenn ihr zwei Teller raustracht. Habt ihr euch das schon durchdacht? Nee, aber es ist noch weit nicht so viel wie beim Training, deswegen ist das nicht so schlimm. Essen für einen wohltätigen Zweck. Für die Orgel und die Grabplatten kam das Geld in den vergangenen Jahren zusammen. Nun soll das Schäpel-Ebitaph restauriert werden. Und dafür benötigt man ja bekanntlich Geld. Herr Agro, entschuldigen Sie, dass ich Sie beim Essen störe. Wie sind Sie im Moment mit dem Bankett zufrieden? Also ich finde es unheimlich toll. Wir haben für 160 Personen heute Abend eingedeckt. Und ich habe gehört, wir mussten noch ein paar Stühle zusätzlich aufstellen, weil wir ja so einen Zulauf haben. Das ist eine ganz tolle Sache. 160 Gäste, das hieß, die Kellner mussten alle irgendwie 80 Mal rennen. Das ist die eine Geschichte. Wie sind Sie zufrieden mit den Gästen und wie ist die Stimmung? Also wir sind mit den Gästen immer zufrieden, weil wir haben hier ein ganz tolles Publikum. Und Sie haben es heute sicherlich schon gehört. Wir haben eine Musikgruppe aus Schweden. Wir haben ein Trio aus Weißrussland. Wir haben auch aus Deutschland sehr viele Gäste. Also angefangen von Bayern über Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Sachsen. Also es ist alles vertreten hier. Und die freuen sich alle, dass sie hier in unserer Hansestadt sind. Und in so einer großartigen Kirche. Also wir sind sehr zufrieden. Wenn Sie jetzt München sagen als Beispiel, das hatten Sie vorhin schon. Wie kommen Sie an die Leute ran? Betteln Sie die, dass sie mal hierher kommen und Wismar gern haben? Oder wie kriegen Sie das hin? Ja, ich stehe da immer auf dem Marktplatz und verteile Zettel. Nein, wir haben natürlich entsprechende Einladungen ausgesprochen an Personen, die teilweise auch unserem Haus nahestehen und von denen wir wissen, dass sie an so einer Veranstaltung gerne einmal teilnehmen würden. Dann danke ich Ihnen und wünsche Ihnen heute noch guten Appetit. Vielen Dank. Wenn ein Essen nicht nur den Hunger stillt, sondern ein wertvolles Zeitdokument der Stadt erhält, dann kann man den Veranstaltern nur gratulieren. Letztendlich kamen 6.000 Euro am Freitag zusammen. Ein guter Anfang, denn 61.000 Euro wird die Restaurierung beanspruchen.